Ich hab Kaffee getrunken, hab schon Kaffee getrunken. Hörst du mich? Also, Sarah hat Kaffee getrunken. Ein, zwei. Hörst du mich? Ich sag ich. Musik The very next day you'll give it away. Ich hab dich gut für immer. Musik 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 Das war's für Sarah Björk. Was für Sarah Björk? Sie ist großartig. Das war's. Das war's. Sie ist verrückt. Sie ist verrückt. Das war's. Sarah Gunastotje, was sagen Sie heute zum Spiel? Was wäre? Aber wir schaffen das. Dieser Pukal ist unser jetzt. Hast du gut gemacht. Du hast hast gut gemacht. Ciao!